Leute, willkommen zu einem neuen Apex Legends Video. Season 2 für Apex Legends ist da und ich hab mir gedacht, wir gucken uns mal an, was alles so neu mit dabei ist. Das Video ist gesponsert bei EA. Vielen Dank daraus an EA, die das möglich gemacht haben. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein, denn es gibt einiges, was neu ist. Nicht nur den Battle Pass, der ist aber natürlich neu und hat wieder einige coole Skins. Gerade der Skin für die R301 am Ende ist wirklich schön. Und diesmal auch für eine Waffe, die ich ganz gerne spiele, was mich auf jeden Fall gefreut hat. Es gibt außerdem ganz schön viele große Map-Veränderungen. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Aber ganz am Anfang, es gibt eine neue Legende und zwar Watson. Das ist ein defensiver Charakter tatsächlich, mit dem man aber nicht unbedingt extrem defensiv spielen muss. Aber der hat eine Fähigkeit, die halt eher defensiv eingesetzt werden kann. Und zwar ist das ein Stromzaun, den man aufbauen kann. Damit bin ich noch nicht perfekt, muss ich leider gestehen. Ich übe noch ein bisschen. Teilweise versperre ich irgendwelche Gänge, wo die Gegner eh nicht kommen. Aber wenn die Gegner kommen und der Zaun irgendwo aufgestellt ist, dann ist es so, dass die gestunt sind. Und man kann dann relativ einfach einen Kill machen. Ich habe den einmal gut eingesetzt, würde ich sagen. Und das seht ihr gerade an der Stelle im Hintergrund. Wir sind da mit diesem Seil nach oben gefahren, haben uns da ein bisschen ausgeruht, haben uns hochgehalten und so weiter. Dann habe ich einfach hinter mich zum Seil, zu dieser Seilbahn, den Zaun aufgestellt und habe damit praktisch dafür gesorgt, dass die Leute, die uns pushen wollen, auf jeden Fall gestunt werden. Das heißt, da waren wir dann für den Moment sicher, konnten uns hochheilen, konnten uns sammeln und haben in der Runde sogar noch den Wind geholt, was eine ganz gute Sache war. Außerdem hat Watson dann noch ein Trophy-System, das man aufstellen kann. Und das sorgt wirklich dafür, dass man nicht mehr von Granaten und so weiter erwischt werden kann. Das heißt, wenn man in einem Gebäude steht und die Gegner zum Beispiel anfangen, komplett alles, was sie haben, reinzuwerfen, dann kann man dieses Trophy-System aufstellen und ist geschützt. Das hilft sogar gegen die ganzen Streaks, die von oben kommen können. Das heißt, wenn zum Beispiel Gibraltar seine Streak einsetzt oder halt seine Ulti einsetzt oder wenn zum Beispiel Bangalore seine Ulti einsetzt, dann kann man dieses Ding einfach benutzen, um sich zu schützen und wird dann nicht getroffen. Was in manchen Situationen sehr hilfreich sein kann und ihr habt gerade im Hintergrund gesehen, ja, das hat mir ein bisschen Sicherheit gegeben. Ich musste jetzt nicht komplett weg, sondern ich konnte mich kurz ausruhen, konnte mich wieder hochheilen. Und apropos hochheilen, ihr habt vielleicht schon gesehen, dass das Trophy-System nicht nur als Trophy-System benutzt werden kann, sondern man bekommt damit sogar auch noch Schild, was ich mega genial finde. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil auch die Gegner bekommen dadurch Schild, aber wenn man selber um dieses Trophy-System spielt und die Gegner immer wieder anhittet und sich da vielleicht sogar dahinter versteckt, dann kann man das wirklich gut einsetzen für irgendwelche Nahkämpfe. Und im Hintergrund seht ihr auch eine Situation, wo das wirklich ziemlich gut funktioniert hat. Wir waren im Endkampf, der Kreis war verdammt klein, der Gegner musste pushen. Ich habe das Trophy-System aufgestellt und habe das benutzt, um im Zweikampf einen Vorteil zu haben. Mein tolles Aim war natürlich auch am Start, das hat den Win geholt, aber das Trophy-System hat natürlich unterstützt. Und ja, für solche Momente ist das irgendwie ganz nett. Ist eine ganz geile Legende, aber auf jeden Fall eine Legende, die man defensiv einsetzt. Klar, man kann damit rushen, aber die Fähigkeiten sind natürlich eher defensiv. Man kann jetzt dieses Trophy-System nicht irgendwie mitnehmen und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Dann ist es so, dass die Map ziemlich zerstört wurde. Die Leviantane, die vor der Map waren, bei Season 1, sind jetzt auf der Map, auf der Insel und haben ziemlich viel zerstört. Diese Schlucht zum Beispiel ist komplett kaputt. Aber dafür gibt es auch einige Gebäude, die neu dazu gekommen sind, nicht nur an Orten, wo was zerstört wurde. Da gibt es natürlich auch ein bisschen neue Gebäude, die das erforschen zum Teil und so weiter. Aber es gibt auch so neue Gebäude. Und zum Beispiel an diesem einen Hang, der irgendwie ziemlich leer war bei Season 1. Dort gibt es jetzt ein großes Gebäude, was irgendwie eine meiner Lieblingslandestellen geworden ist. Keine Ahnung. Finde ich ziemlich gut. Man hat dann dieses große Gebäude unten und kann auch noch nach oben und hat da auch noch mal ein paar Gebäude, wo man reinlooten kann. Also, ja, kann ich euch empfehlen. Und man ist auch schön mittig bei der Map und kann da dann eigentlich in alle Richtungen los und ist eigentlich immer gut an der Zone. Ein bisschen muss man aufpassen mit den Leviathanen, denn die stampfen manchmal und da kann man auf jeden Fall zerdrückt werden. Ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert und die sind natürlich eigentlich friedlich. Das sind Pflanzenfresser, das sieht man auch. Aber, ey, wir sind mini klein und die sehen nicht so wirklich, was da unten passiert. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung. Finde ich, ist ein ganz lustiges, dynamisches Element. Macht jetzt nichts irgendwie Gameplay-Technisches. Das beeinflusst nicht wirklich die Kämpfe und so weiter. Aber ist eine lustige Spielerei. Es gibt dann außerdem noch andere Viecher. Und zwar, keine Ahnung, Urvögel, Urzeitvögel. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das für Viecher sein sollen. Und das Lustige ist, dass die Loot mit dabei haben. Die sitzen meistens auf irgendwelchen Felsen. Man kann die dann anschießen, was dafür sorgt, dass sie erstmal losfliegen. Und wenn man dann einen Loot haben will, schießt man doch so ein bisschen nach. Und dann lassen die letztendlich den Loot fallen, den man dann natürlich einsammeln kann. Was sich zum Teil wirklich lohnt. Da kann dann schon mal irgendwie eine lila Rüstung drin sein, zum Beispiel. Man muss die natürlich abschießen, wenn man näher dran ist, als, ja, das, was man jetzt gesehen hat im Hintergrund. Und das war jetzt nicht der optimale Clip. Aber wenn man das weiß und diese Viecher irgendwo sieht, dann ist es ganz gechillt, um da nochmal guten Loot abzustauben. Waffentechnisch hat sich tatsächlich auch was verändert. Zum einen gibt es eine neue Waffe, die Elster. Das ist eine Waffe, die nur in Supply Drops drin ist, die ich tatsächlich einfach noch nicht bekommen habe. Ich habe jetzt nicht ewig viele Supply Drops aufgemacht. Aber die ist natürlich relativ selten. Ist eine goldene Waffe. Das darf natürlich nicht überraschen, aber war natürlich trotzdem ein bisschen schade. Die ist aber gut, habe ich gehört. Aber nicht so gut wie die Alternator. Denn die wurde, ja, verbessert durch einen Aufsatz. Also ich spiele die in letzter Zeit auch so ganz gerne, weil die sich gut handeln lässt, weil die nicht so einen starken Rückstoß hat. Aber die hat mittlerweile einen Aufsatz, ihr seht das gerade im Hintergrund, der dafür sorgt, dass man mehr Schildschaden macht. Es gibt dann auch einen anderen, der dafür sorgt, dass man mehr Schaden macht, wenn kein Schild beim Gegner ist. Aber dieser Aufsatz für mehr Schildschaden ist extrem gut und ihr seht im Hintergrund, wie gut man die Leute zum Teil shredden kann damit. Das heißt, wenn ihr die Alternator habt mit diesem neuen Aufsatz, dann noch mit einer Magazinerweiterung zum Beispiel, dann ist das Ding ein Biest und das ist eine Waffe, die man mal spielen muss. Ihr müsst die unbedingt einmal testen, gucken, wie ihr damit klarkommt. Ich mag die extrem gerne. Und dann ist es außerdem so, dass es jetzt einen Ranked-Modus gibt, was auch eine nette Sache ist. Ich glaube, ich halte mich davon lieber fern. Ich glaube, das ist für mich immer ein bisschen zu viel Geschwitze, aber für alle Leute, die das mögen, die gerne aufsteigen wollen, die können da reinspringen und können sich dann letztendlich mit den anderen Leuten messen. Aber wie gesagt, nichts für mich. Ich glaube, ich würde da nie aufsteigen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon in Season 2 von Apex Legends reingeschaut habt. Wenn nicht, dann macht es auf jeden Fall. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich spiele es zur Zeit echt gerne. Season 2 bringt Neues dazu. Ich mag die Map-Veränderungen sehr gerne. Und ich mag außerdem, dass sich die Waffenmeter ein bisschen verändert hat und nicht alle mit der Wingman spielen. Das hat mich ein bisschen genervt. Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und ja, das war es mit dem Video. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.